Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu All About Life. Mein Name ist Benedikt Heiming und ich spreche in diesem Podcast mit der Bewusstseinsexpertin, Entspannungstrainerin und Spiritual Coach Serafin Monin. Und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Freu Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen klaren Blick auf Dich selbst und auf Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Glaubst Du an Dich selbst und an Deine Fähigkeiten? Kennst Du Deine Fähigkeiten überhaupt? Oft sind wir ja so in unserer bisherigen Vergangenheit oder im Vergleich mit anderen gefangen, dass wir unsere eigene Entfaltung und den Glauben an uns selbst aus den Augen verlieren. Genau das wollen wir in dieser Podcast-Folge ändern. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer Ihr uns heute eingeschaltet habt und wo Ihr uns zuhört. Wir freuen uns sehr, dass Ihr dabei seid. Und ich freue mich sehr, dass sie wieder mit mir für Euch im Studio ist. Serafin, Hallöchen! Du machst das immer herzerwärmend. Ich danke Dir. Herzlich willkommen, mein Lieber. Hallo Benedikt. Und natürlich hallo, Ihr Lieben. Schön, dass Ihr wieder mit dabei seid. Zu einem sehr schönen Thema, wie ich finde. Vertraue Deinen Fähigkeiten, wie Du wieder an Dich selbst glaubst. Ja, bitte. Es ist ja so, es fällt uns oft leichter, die Fähigkeiten anderer zu bestaunen und zu bewundern, als unseren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Was kann uns jetzt dabei unterstützen, auch uns gute Fähigkeiten zuzusprechen, um unseren eigenen Fähigkeiten auf unserem Lebensweg zu vertrauen? Wichtig, ja. Das Vertrauen in eigene Fähigkeiten gründet ja in einem gesunden Glauben an uns selbst. Und diesen können wir, selbst wenn wir ihn nie hatten, finden oder wenn wir ihn irgendwo auf der Lebenswegstrecke mal verloren haben, wiederfinden. Ja, wir können lernen, eine gesunde Zuversicht in uns aufzubauen und in unser Leben zu bringen. Letztens sagte jemand zu mir, als wir bei dem Thema Zuversicht waren und das erarbeitet haben, Zuversicht sei für ihn wie ein Scheibenwischer im Alltäglichen. Und dieser Scheibenwischer-Zuversicht wischt so Sorgen, Zweifel, Nörgelei, aber auch sein Jammern und wie auch immer, hat er ganz süß beschrieben, so wischt das so regelrecht weg. Zuversicht ist so eine Wirkungskraft wie so ein Scheibenwischer, der das alles wegwischt. Fand ich super. Ich dachte, ich bring's mal an dieser Stelle auch so hervor. Manchmal helfen ja solche kleinen Bilder. Gesunde Zuversicht wirkt wie ein Scheibenwischer. Wisch das alles so weg. An manchen Tagen brauchen wir das, nicht wahr? Aber eigentlich auch im gesamten Leben. Deswegen lernen wir am besten, gesunde Zuversicht in uns auch aufzubauen und auch halten zu können. Und auch unseren innewohnenden Kräften zu vertrauen und an die Möglichkeiten des Lebens zu glauben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Mal angenommen, all das steht uns momentan, aus welchen Gründen auch immer, so nicht wirklich zur Verfügung. Fühlbar, erfahrbar, machbar, umsetzbar. So steht uns gerade nicht zur Verfügung. Dann lass uns mal das Bild eines Gärtners nehmen. Und zwar eines zukünftigen Gärtners. Welcher momentan die Idee eines wundervollen Gartens in sich trägt, aber jetzt zu Beginn so lediglich eine marode, brachliegende Fläche, Land, zur Verfügung hat. Und zwar mit unfruchtbarer Erde. Oh, ja. Spannendes Bild, weil jetzt steht er ja vor einer Riesenaufgabe. Weil in seiner Vorstellung sieht er ja schon diesen wundervollen Garten. Genau. Aber was er hat, was jetzt seine derzeitige Lebenssituation hat erstmal, oder was er sieht, ist eine marode Fläche, Land, mit unfruchtbarer Erde. Dilemma, würde man erstmal denken. Großes Dilemma, weil genauso geht es uns natürlich auch im gelebten Leben. Wenn beispielsweise der Start ins Leben, sprich die Kindheit, eher Entwurzelung in uns bewirkt hat, als uns Halt fürs Leben zu schenken. Oder wenn uns Diagnosen aus unserer bisherigen Lebensweise reißen. Oder wenn Lebensfreundschaften und Partnerschaften sich entzweien und wir scheinbar vor einem Aus oder vor einem Nichts stehen. Dann stehen wir ja vor einer solch brachliegenden Fläche Land, unfruchtbarer Erde, zunächst einmal. Spüren dennoch diese Idee des wundervollen Gartens, aber sie zu realisieren und an unsere Fähigkeiten und an das Leben, an uns selbst zu glauben, das will zunächst neu aufgerichtet werden. Wie sieht denn das dann für unser Leben aus? Also wodurch finden wir diesen Glauben an uns selbst und das Vertrauen in unsere ja innewohnenden Fähigkeiten wieder? Weil innewohnende Fähigkeiten, sehr schön, hat ja jeder. Sie schlummern und wir wissen manchmal nichts davon. Also wie können wir das wieder aufbauen? Die Priorität ist eine gesunde Lernhaltung einzunehmen. Das verstehen wir manchmal gar nicht. Dass wir eine neue und sehr gesunde Lernhaltung dem Leben und uns gegenüber einnehmen können, dürfen, müssen, wollen. Ja? Und wie der zukünftige Gärtner es eben auch macht, in unserem Beispiel, schrittweise voranzugehen. So beginnen wir erst einmal, die unfruchtbare Erde in gute, fruchtbare Erde auszutauschen. Ja? So. Dann beginnen wir alles an Unkraut, allen Unrat, alles Chaos, alle Unordnung aus dem Bereich zu entsorgen, in welchem wir unseren Garten anlegen wollen. So. Hierzu ist es wichtig, dass wir einerseits lernen, 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 wie wir dies umsetzen können. Und dazu können wir natürlich Lehrer aufsuchen, wir können Kurse, Seminare, Ausbildungen besuchen, wir können Bücher studieren. Podcast hören. Podcast hören, ganz genau. Und aus den Erfahrungen anderer Inspiration schöpfen. Und andererseits täglich die Auswirkungen unseres Handelns unter Einbeziehung des Erlernten beobachten. Ja. Weil so können wir erlerntes Wissen anwenden und im Beobachten der Auswirkungen gegebenenfalls unser Handeln justieren. Und schon sind wir im authentischen Anwenden unserer Fähigkeiten angekommen. Ja. Weil jetzt sehen, spüren und erfahren wir tagtäglich, was wir mit unseren innewohnenden Kräften bewirken können. So erwächst Authentizität und das gesunde Vertrauen. Und zwar in unsere innewohnenden Kräfte und Fähigkeiten in allen Lebenslagen. Ja, das ist interessant, weil in diesem Lernen und in der Bereitschaft zum Lernen und in der Offenheit, sich unvoreingenommen auch auf Neues einzulassen, da liegt ja ein großer Schlüssel für uns. Ja, ein sehr mächtiger Schlüssel für uns, unser Leben. Zum Austausch einer unfruchtbaren Erde in eine fruchtbare Erde gehört ja der Austausch äußerer Gegebenheiten, sowie der Austausch innerer Gedankenmuster, alter Gefühlsstrukturen, damit wir uns, wie du schon sagst, ja, von unseren bisherigen Erfahrungen nicht einnehmen lassen, sondern uns unvoreingenommen und offen auf Neues einlassen, um neues Wachstum in unserem Leben hervorbringen zu können. Und bitte, ihr Lieben, keine Angst vor Fehlern, denn wir werden Fehler machen. Brauchen wir keine Angst davor haben. Wir werden sie machen. Ja, aber Albert Einstein, 1879 bis 1955 im Erdenleben, Deutsch, US-amerikanischer Physiker und Physik-Nobelpreisträger, was hat er gesagt? Er war ja schlau. Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. So, ja, Albert Einstein, ja, was soll man Angst vor Fehlern haben? Wir werden sie machen, gerade wenn wir Neues versuchen, wenn wir das Leben wandeln und wenn wir uns in ein neues Lernen, ein neues Anwenden, ein neues Wachstum begeben wollen. Ja, so, und wir überwinden unsere Fehler eben durch unser fortwährendes Lernen, Lernen und nochmal Lernen, das stete Anwenden des Erlernten, das tägliche Beobachten der Auswirkungen unseres Handelns, sowie das gegebenenfalls angebrachte Justieren und Städte weiterlernen und weiter in diesem Kreislauf voranschreiten. Ja, weil all das lässt uns ja erkennen, was in uns steckt, weil wir es ja hervorbringen und sichtbar machen. Ja, und um bei den Bildern zu bleiben, so und genau so bringen wir unseren Lebensgarten, wenn man so will, zum Erblühen. Ja, und alte Lehren lehrten uns ja auch, du erkennst es am Werk, an den Früchten, die der Garten dann hervorbringen wird. Ja, unser Lebensgarten wird sogar alle vorherigen Vorstellungen übertreffen, weil die alten Vorstellungen, die wir ja hatten, mit alten Wissensständen über uns und das Leben verknüpft waren. Ja, wir aber Schritt für Schritt im Hervorbringen stärker werden, unser Horizont sich weitet, unsere Erkenntnisse sich füllen. Ja, wir schaffen neue Erfahrungen. Und wir schaffen völlig neue Erfahrungen. Und so erleben wir, was Emerson uns lehrte, der Weisheitslehrer Emerson, ja, US-amerikanischer Philosoph und Weisheitslehrer, war 1803 bis 1882 im Erdenleben, Ralph Waldo Emerson. Er sagte schlicht und einfach, du vermagst mehr, als du denkst. Ja, jetzt erleben wir das. Ja, wie schlicht ist das? Du vermagst mehr, als du denkst. Ja, denn so wie die Pflanzen in ihren Wachstumsprozessen mit den Zyklen und Jahreszeitenrhythmen an Größe, Stärke und gesunder Wurzelkraft gewinnen, gewinnen wir von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr ein gesundes Vertrauen in unsere Fähigkeiten, indem wir sie hervorbringen. Denn so stärken wir den Glauben an uns und das Lebendige. Und wir bringen hervor, wovon wir früher nicht zu träumen wagten. Dann werden wir, ihr Lieben, dann werden wir in der Blütenpracht unseres Lebensgartens stehend uns selbst sagen hören, es ist anders, als ich dachte, dem Himmel sei Dank, denn es ist besser als alles, was ich mir hätte vorstellen können. So, bam. Und das wünsche ich euch für diese Woche und fürs Leben. Ihr Lieben, so findet ihr den Glauben wieder an euch selbst, an eure inneren Kräfte und habt Vertrauen in eure Fähigkeiten. Und das wünsche ich euch von Herzen. Mögen diese Impulse euch Hilfe sein, auf eurem Weg euren Lebensgarten zum Abblühen zu bringen. Ja, sehr schön. Und das ist ja auch so ein Prozess, den Glauben an sich selbst zu stärken und die eigenen Fähigkeiten im Leben zu entfalten, so neue Erfahrungen machen. Aber für diesen Prozess gibt es ja auch Gott sei Dank viel Hilfe, zum Beispiel unseren Podcast, hier All About Life. Ich möchte dir zu Hause an dieser Stelle gerne drei weitere Folgen empfehlen, die dir ergänzend zu unserer heutigen Folge viel Inspiration zu schenken vermögen. Also stiftgezückt und mitgeschrieben. Ach, du bist so süß, ich danke dir, herrlich, herrlich. Da gibt es den Podcast Nummer 23, Übernimm das Ruder, drei Schritte für dein Glücklichsein. Und Nummer 37, Fußspuren der Liebe. Oh, wie schön. Ah, ein sehr schöner Podcast. Das steckt auch sehr, sehr viel drin, hui, hui, hui. Übernimm das Ruder und Fußspuren der Liebe, wundervoll, ich danke dir. Und es kommt noch einer. Es kommt noch einer. Nummer 64. Wie du deine Selbstachtung stärken kannst. Oh yes, bam. Gehört ja alles dazu in unterschiedlichen Facetten. Ja, toll. Kann jeder gleich loslegen und arbeiten. Toll. Danke, Benedikt. Und natürlich auch in unserem Online-Shop lohnt es sich zu stöbern, um die praxiserprobten Werkzeuge der Persönlichkeitsentwicklung zu entdecken. Zum Beispiel Seraphins Trainingsalbum Intuition, Meditation für eine starke innere Führung. Ja. Oder auch, ich persönlich liebe es sehr, dein Kartenset, Seraphine. Das wünsche ich dir mit 62, man sagt gute Wünsche-Karten, aber es sind auch 62 Mutmacher-Karten zum Selbstgenießen oder zum Verschenken oder auch zum Selbstgenießen und zum Verschenken. Ja, du bist super. Kann man auch eine Wunschadresse liefern lassen. Ja, wundervoll. Ach, herrlich. Deine Inspirationen sind auch immer so wertvoll. Ich danke dir. Es war ein wundervolles Gespräch mal wieder. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke gleichfalls. Ich wünsche mir von Herzen, dass es euch gute Inspiration auf eurem Lebensweg sein möge. Fühlt euch geherzt, habt eine wundervolle Woche und Vertraut euren Fähigkeiten bis zum nächsten Mal. Ach, wie schön. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Alles Liebe. Tschüss, tschüss. Tschüss. Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Und da sind wir, der Sera-Benia Verlag. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.